Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hotelcheck. Alle Infos zum Hotel sowie aktuelle Angebote findest du über den Link in der Videobeschreibung. Das Hotel befindet sich an der türkischen Rivega in der vielen Region Lara. Der Transfer vom Flughafen an Taya dauert nur ungefähr 20 Minuten und in der Umgebung befinden sich zahlreiche Ausflugsziele, um Land und Leute kennenzulernen. Hierzu zählen die Altstadt von Antalya, der Tempel in Sida oder die Badebuchten rund um Kema. Entlang der Hauptstraße, die durch Lara führt, gibt es unzählige Shoppingmöglichkeiten. Das 5 Sterne Delfin Palace Hotel ist mit knapp 40 Hektar vergleichsweise klein. Im Zentrum steht die großzügige Poollandschaft, die auf der einen Seite von dem Hauptgebäude und auf der anderen von einem kleinen Garten begrenzt wird. Hier befinden sich das Amphitheater und der überschaubare Rutschenpark. An den Garten grenzt der hotelleigene Strandabschnitt. Alle Zimmer befinden sich in dem achtstöckigen Hotelgebäude. Dazu gehören 487 Standardzimmer, 40 Familienzimmer, 24 Juniorsuiten und 6 behindertengerechte Zimmer. Die Zimmer sind zwischen 28 bis 45 Quadratmeter groß und verfügen größtenteils über einen zumindest seitlichen Meerblick. Neben dem Hauptrestaurant mit einer großen Auswahl an Speisen im Buffetformen, bieten sieben à la carte Restaurants für kulinarische Ausflüge in die unterschiedlichsten Küchen der Welt. Acht Bars sorgen über den Tag verteilt über eine ausreichende Flüssigkeitsstufe mit alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken aus aller Welt. Das Animationsteam sorgt tagsüber mit Sportturnieren und Poolspielen für gute Laune. Am Abend werden Revue-Shows, Sketch- und Animationsshows und gelegentlich Live-Musik dargeboten. Die Kleingäste kommen entweder im Mini-Club oder im Game-Room auf ihre Kosten. Das Spa-Center sorgt für die nötige Entspannung mit einer Massage oder einem Besuch der Hammam, während Sport-Junkies sich im Fitnesscenter oder bei sämtlichen Sportarten ausbauen können. Bei knapp 9400 Bewertungen erhält das Hotel 5,8 von 6 Sterne. 98% empfehlen das Hotel zudem weiter. Wir hoffen euch hat das Video gefallen und würden uns freuen, euch auch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Hier haben wir noch weitere Videos herausgesucht, die euch interessieren könnten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und wünschen euch viel Spaß bei eurem nächsten Urlaub. Bis dahin sonnige Grüße und ciao, ciao!